Orion Sektor, Warlock-Ofen, um Bericht zu erstatten? Die USS Brandenburg, wie süß! USS Polaris, Preziers, Pollux-System, wo muss ich denn jetzt hin? Da ist Pollux! Die Sonne sieht schon geil aus, oder? Das ist schon Warp, ja. Ne, das ist nicht Pollux. Doch, das ist Pollux. Ja, ich bin jetzt hier, aber ich kann auch nur gegen den Planeten donnern. Du bist hier, wie hast du überlebt? Ich war eine Cervette. Ich hätte eine Mütung gemacht. Aber jetzt werde ich die ganze Bar verloren. Ich meine, hey, schön zu sehen, Kapitän. Was? Auf Federationsposts? Oh, Pah! Neeeeeeeee! Was haben Sie gehört, Kyle? Vielen Dank, dass Sie ARG verwendet haben. Ja, okay, gut, das ist ja. Das ist es ja eben nicht. Wo ist denn, wo muss ich denn jetzt? Was ist denn das? Rot-Alarm? Tööö, Begegnung. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen alleine gelassen. Das ist es auch nicht. Ich glaube, wenn die Planeten so klein bleiben, ne, da kann ich nur gegen donnern. Ich fliege mal ein bisschen weiter weg. Mit Vollspeed. Und mache jetzt mal hier. Ja, das ist das System, aber hier ist niemanden zum, zum Warnen. So, das ist die Astronomie. Das ist schon cool, Monik. Das ist Pollux, Empfindung, Termin, Teammitglieder 0. Das ist gar kein. Da ist die Breakeven. Und hier ist die Bank, Bank, Account, Bank, Beenden. Bank, blick's los. Spiel, kannst du mir mal jetzt hier helfen? Helfen? Okay. Okay, ich finde das ist ein bisschen merkwürdig, schade eigentlich, weil wenn ich jetzt dahin gehe, das ist der Pollux. Oh, vollstopp hier. Ah, Vega? Es ist absolut so wie die Vega-Kolonie von... ah, Vega. Wir müssen Vega finden, wo ist denn jetzt hier Vega? Ähm, kann ich die Map größer machen? Warte, kann ich doch bestimmt so. Vulkan Sektor Riser, ich will jetzt Vega... Achso. Moment. Jetzt muss ich zum Vega-System. Wo haben wir denn da? Jetzt hab ich... da! Nehmen wir doch einfach mal das ganz Groß hier. Für ganz blinde Bären, ne? Ja, ihr fahrt durchs Weltall. Ich kann leider nicht schneller fliegen. Aber ich denke mal, das macht nichts. Ich kann leider nicht schneller blinkern. Es ist ja, ja, ich sag mal so, es ist eine richtig coole Idee und eigentlich bietet sich das ja an. Oh, ich bin aufgestiegen. Lieutenant 2. Da ist die Vega. Das muss ich schon sagen. Wie gehen Sie die Assimilierung zu der Unschuldigen? Ah, schön. Also es macht Spaß auf jeden Fall. Es ist sehr interessant. Momentan ist es für mich auch die Assimilierung der Unschuldigen. Was sind deine Orte, Kapitän? Bevor ich jetzt hier weitermachen, wollte ich noch eben zu Ende reden. Es ist sehr viel momentan für mich. Es ist sehr viel zu beachten und allem drum und dran. Da ich MMOs zwar schon mal gespielt habe, wie World of Warcraft und sowas. Aber die sind ja, ich weiß nicht, ich finde dies hier schon eigentlich schon richtig kompliziert, aber cool gemacht worden. Und so, also, ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt mehr und mehr und mehr Zeit mit verbringe, dass ich dann auf jeden Fall, ähm, auch mehr drüber erzählen kann und sowas alles. Ähm, deswegen bin ich jetzt momentan ein bisschen platt. Hell, was mache ich hier noch alles und sowas. Jetzt wollen wir aber weitermachen, ne? Wir wollen ja die Kolonie retten hier. Benachrichtigen Sie die Kolonie, wir müssen Sie warnen. Auf den Schirm. Die Box sind auf dem Weg in dieses System. Sie müssen sofort evakuieren. Die Box ist auf dem Weg. Major... Major? Major, Sie müssen sie evakuieren lassen. Äh, beginnen, also. Kommunikationsoffizier, was ist gerade passiert? Ich habe Kontakt mit der Vega Kolonie verloren, Sir. Was ist blockieren, alle Subspace-Signale in dieser Umgebung. Auch unsere Hälte zu den Zivilisten sind nicht durchgekommen. There is a communication satellite nearby. It should boost our signal sufficiently to inform the freighters of the danger and warn the Kolonie. Kurs auf die Satelliten nehmen. Ah, jetzt kann ich wieder so. Ich suche hier mal noch einen Knopf, wo ich das machen kann, also. Also, wo ich draufdrücke und dann ist es fertig. Unsere Hälte sind noch blockiert, Sir. Die Borg versuchen, die Planeten zu isolieren, bevor sie landen. Deine Ordnung, Sir. Sava, können wir die Kolonisten mit dem Transporter erfassen? Die Borg haben irgendwelche remote Signale abgefahren. Es ist nicht sicher, dass sie durch das beamen. Ich denke, ich kann das Spiel auch noch verbessern. Beeilung, ich denke, die Borg werden bald hier... Die Transwarp-Konduitse öffnen überall über das System, Kapitän. Die Borg sind hier. Die Zivilisten sind gerade in der Borg-Passe. Wir müssen ihnen helfen. Die sind doch dran. Die Zivilisten sind gerade in der Borg-Passe. Die Zivilisten sind gerade in der Borg-Passe. Achso, im roten Alarm. Was ist das hier eigentlich? Ausweichmalüber. Ah, cool. Okay. Da wird mir sehr verschwindelt gerade. Okay, 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 okay. Ist doch gut meine Fresse, ey. Komm. Wunderschönen Druck. Oh, Plasma tritt aus, Plasma tritt aus. So, wo haben wir denn noch angreifen? So, wo haben wir denn noch angreifen? So, wo haben wir denn noch angreifen? Okay. Gut, dann machen wir die jetzt auch noch platt. Da haben wir einen übersehen. Und zwar... Der müsste jetzt verschwinden, ne? Dann müssen wir noch einmal zurück und den hier platt machen. Genau, das ist jetzt der letzte noch. Huh, mein, 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 mein. Oh, mein, 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 mein Die langen Rangessignale sind noch geblieben. Ich kann den Planeten kontaktieren und habe den Administrator-Post der Situation informiert. Aber die Borg haben bereits landet und sind nach der Kolonier. Es ist vielleicht mehr prudent, zurück nach dem Renown, Sir. Die Borg-Landing-Craft verabschiedet, Kapitän, es gibt Sivillen-Ships, die sie verabschieden. Sivillen-Ships, ihr habt gebeten und verabschiedet. Wir werden euch verabschieden. So, mal frohle Kunde doofen wieder, ne? Kann da nicht, Chris. For a while, so verstanden ich dann doch, alle Schiffe sind 10, alles klar. Komm schon, komm schon, aber die sind schwächer als die Box, die wir vorhin hatten. So, wo müssen wir jetzt hin? Und hopp! Wohl, was wir auf dennehen? Oh, ich habe noch auf den Kultus. Mann! Er schießt ja zum Glück nicht zurück. Gut, geht es da hin. Okay, gut, das sind wir auch. Rettungsoperationen geht zur Vega-Kolonie. Kapitän, die Borg haben landet und die Kolonie werden sie nicht auslösen können. Ich empfehle mich, zu Vega-Kolonie zu bewegen und zu so viele Menschen rauszukommen. Herunterbeamung. Moment mal, kann ich dich? Ne, ich nehme dich mit. Ich muss dich aber noch so umpushen, wie ich jetzt bin. Das muss ich auf jeden Fall noch machen, das nächste Mal. Ich muss aber das nochmal merken, wie ich ausziehe. Das muss ich damit anpassen, dass ich Untertitelung des ZDF, 2020